Aufpassen, Gegner im Bereich. Die Drohne ist oben. Hey, Kartellschütze! Am Checkpoint. Ich sehe noch einen Tango. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Neben dem Container, siehst du? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Die haben Alarm am Start. Ziel markiert. Tango getötet. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Der Alarm ist aus. Es wird keine Verstärkung einfliegen. Roger, ich gehe in Position. Roger, Tango markiert. Kann das... Verdammt, der Kerl ist tot. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Okay, bin unterwegs. Hab das Ziel. Mein Ziel ist weg. Ich sehe einen Narko. Bei der Kiste mit Medikamenten. Okay, aufatmen. Hey, wir haben einen Narko. Beim Lagereingang. Ja, ja, ja. Geh in Position. Ich habe hier einen Generator. Ziele fasst. Bin bereit. Volltreffer. Hey, wir haben einen Narco mit MP. Da, Schaffschütze. Da, Schaffschütze. Das ist die Getränkefabrik. Gehen wir rein, springen die Tanks mit dem Flüssigkokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Das macht fünf. Markiere ein Tango, einheimisch in der Nähe. Das macht fünf. Alles klar. Danke, Herr Schafschütze. Das macht fünf. Das macht fünf. Dann, dann, dann. Das macht fünf. Das war's für heute. Hab das C4 scharf. Fuck, greife an! Das ist der Nase. Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Ladung ist scharf. In Position. Ziele zerstört. Ab dafür. Sollen wir uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Haut? Genug, um dich völlig wegzudröhnen.